Cardano besitzt gar keine Smart Contracts und es soll in Zukunft wohl auch Smart Contracts im Bitcoin-Bezug geben. Das sind die Themen, die wir uns heute mal ansehen werden. Es gibt einiges an Bewegung am Kryptomarkt, das haben wir in den letzten Tagen mitverfolgen dürfen und dadurch, dass sich diese kurze Korrekturphase nicht großartig verändert hat, macht es absolut Sinn, über die ein oder andere Kryptowährung und über die nächsten Schritte zu sprechen. Dass es im Cardano-Kontext Neuigkeiten am 12. September gab, das haben wir alle mitbekommen. Die sogenannten Smart Contract-Funktionalitäten sind freigeschaltet worden und seitdem gibt es eben auch quasi Rohlinge, die aufgesetzt worden sind. Leider dauert das wohl noch einige Zeit, bis diese freigeschaltet werden. Nun gibt es aber eben auch eine Diskussion, ob es dann tatsächlich Smart Contracts in dem klassischen Sinne gibt. Denn es haben sich nun einige Nutzer und Charles Hoskinson miteinander ausgetauscht und scheinbar ist der Begriff Smart Contracts im Cardano-Umfeld der falsche Begriff. Man sucht gerade nach einer neuen Beschreibung für die Funktionen, die bei Cardano nun eben integriert worden sind. Wenn wir an das klassische Smart Contract-Thema denken, dann geht es natürlich zum einen um dezentrale Finanzen. Es geht natürlich auch um dezentrale Anwendungen und weitere Dinge, die an Popularität gewonnen haben. Da denken wir natürlich auch an ETH und Solana, aber auch an weitere Kryptowährungen, die Smart Contract-Funktionalitäten implementiert haben. Nun gab es eben diese Integration für Cardano ebenfalls und nun scheint es aber so zu sein, als gäbe es eine starke Ablehnung des Begriffs Smart Contracts, denn das wäre wohl atypisch und passt nicht ganz zu dem, was eigentlich Smart Contract-Plattformen so bedeuten würde, beziehungsweise wie man diesen Begriff normalerweise einsetzt. Und Charles Hoskinson hat sich nun dazu geäußert und er sagt, Ja, das stimmt, Smart Contracts sind letztendlich oder ist nicht der richtige Begriff und das wird auch nicht dem gerecht, was Cardano eigentlich sein möchte und machen möchte. Deswegen sagt er eben auch, dass er gerade auf der Suche nach einem neuen Begriff ist, einem passenderen, und nutzt dann zum Beispiel programmierbare Validatoren. Das ist nämlich aus seiner Sicht der viel bessere Begriff für diese Funktionen, die durch Cardano nun also bereitgestellt werden, beziehungsweise die Cardano und diese eigentlich Smart Contract-Funktionalitäten besser beschreiben würden. Das Ganze ist natürlich dennoch nicht so, dass alleine durch dieses Freischalten dieser programmierbaren Variablen eben auch der Preis nach oben gestiegen ist. Es gab hier häufig die Erwartungshaltung, dass das dazu führen wird, dass der Cardano-Preis massiv in die Höhe schießen wird. Auch ich bin davon ausgegangen, erwarte nun aber vor allem durch Kapital, sobald eben entsprechende Anwendungen bereitgestellt worden sind, so wie es historisch bei ETH war, wie es bei Binance war oder eben auch bei Solana, dass in dieser Frist, beziehungsweise in der Zukunft, dann eben auch die Preise sich anpassen werden. Egal, was passiert, wir wissen nicht, was in Zukunft eben kommen wird. Wir wissen, dass aber Kryptowährungen gekommen sind, um zu bleiben. Und wenn Cardano es hinbekommt, verschiedene Anwendungsfälle und natürlich auch Probleme zu lösen, dann erwarte ich bei den meisten Kryptowährungen, nicht nur bei Cardano, eben eine sehr, sehr starke Anpassung des Preises. Egal, wie dann diese Funktion am Ende des Tages nun sich nennt, ob es Smart Contracts sind, ob es programmierbare Validatoren sind, es spielt am Ende überhaupt keine Rolle, denn es geht einfach darum, dass sich ein Netzwerk weiterentwickelt, dass es Lösungen einbaut, beziehungsweise Anwendungsfälle schafft und dass natürlich in dem Kontext auch Kapital bereitgestellt wird, dass sich dann eben im besten Fall auf die Kryptowährung auswirkt und natürlich auch im besten Fall auf den Preis der Kryptowährung. Ich bin sehr gespannt, was wir im Kontext Cardano noch sehen werden, dass Cardano noch am Anfang steht, beziehungsweise dass Cardano gerade auf dem besten Weg ist, sich ordentlich weiterzuentwickeln und das Potenzial hat in Zukunft, das aktuelle All-Time-High noch zu überwinden. Das ist jedenfalls meine Meinung und ich werde euch in dieser Hinsicht auch in Zukunft weiter auf dem Laufenden halten. Und wenn du dich gerade mit dem Thema Bitcoin oder Kryptowährungen beschäftigst, dann sieh dir doch gerne mal die ersten beiden Links in der Videobeschreibung an. Zum einen ist das Blinkist, wo du alle möglichen Fach- und Sachbücher auf 15 Minuten runter reduziert bekommst. Heißt also, ihr könnt euch ohne Probleme mobil oder auch am Computer die Kernaussagen zu jeglichen Büchern angucken und anhören. Und der zweite Link ist aus meiner Sicht eines der besten Hardware-Wallets, die du dir aktuell organisieren kannst. Wir springen zum zweiten Thema. Hierbei geht es um Smart Contracts auf Bitcoin, denn die Finiti, beziehungsweise Internet-Computer, möchte nun eine weitere Innovation schaffen. Dass viele verschiedene Projekte versuchen, Smart Contracts und das Web 3.0 beim Bitcoin weiterzuentwickeln und die Massenakzeptanz zu erreichen, das wissen wir alle. Dass nun Internet-Computer aber scheinbar auf dem richtigen Weg ist und vor allem die richtigen Ideen hat, das ist den meisten vielleicht neu. Wir wissen, der Start von Internet-Computer war sehr holprig. Wir haben eine sehr, sehr hohe Einschätzung miterleben dürfen. Anschließend ging es massiv Richtung Boden und seitdem befinden wir uns immer noch auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau, wenn es um die Preisgestaltung geht. Nun scheint es aber so zu sein, als könnten sie vielleicht den richtigen Impuls setzen, um sich wieder von der Allgemeinheit abzuheben und vor allem eben das Thema Smart Contracts im Bitcoin-Kontext umzusetzen. Ich bin sehr gespannt, ob sie das hinbekommen werden. Sie werden sich also mit dem Thema beschäftigen und verkünden selber, die Smart Contracts von Internet-Computer machen sich die Bitcoin-Liquidität zunutze und Bitcoin erhält eine Smart Contracts-Funktion, ohne dass man unsichere und komplizierte Trusted Bridging Services verwenden muss. Das klingt erst einmal extrem vielversprechend. Das würde nämlich auch bedeuten, dass Transaktionen zum Beispiel auf Internet-Computer knapp zwei Sekunden dauern. Im Vergleich dazu dauert eine Transaktion im Bitcoin-Umfeld ungefähr 40 Minuten. Man hat also die Möglichkeit, dann die Transaktionsgeschwindigkeit massiv zu erhöhen und ich bin hier sehr gespannt, ob diese Ideen funktionieren werden, ob sie es hinbekommen, natürlich auch diese Entwicklungsschritte zu vollziehen und vor allem, wie sich das dann zum einen auf Internet-Computer auswirkt und natürlich auf den Bitcoin-Preis. Das muss natürlich noch lange nicht heißen, nur weil in dem Fall Internet-Computer im Bitcoin-Umfeld anfängt, bestimmte Funktionalitäten freizuschalten, dass dann eben auch der Bitcoin sich entsprechend im Preis nach oben drückt. Ich bin trotzdem sehr gespannt, wie diese Ideen hier umgesetzt werden, denn dass Smart Contract-Funktionalitäten extrem viel Potenzial mit sich bringen und dass das eben vielleicht sogar der nächste Schritt sein kann, um die Massenadoption weiter voranzuschreiten oder weiter schreiten zu lassen, das liegt definitiv auf der Hand. Trotzdem muss natürlich dieses Projekt neben den Dingen, die kommuniziert werden, eben auch wirklich Ergebnisse erzielen und diese eben präsentieren. Und das wird wohl noch einige Zeit dauern, bis es soweit ist, deswegen würde ich jetzt auch nicht alles auf eine Karte setzen. Ich halte es immer noch für sinnvoll, ein ordentlich diversifiziertes Portfolio zu haben. Es gibt genug Kryptowährungen, die massiv viel Potenzial haben, die richtig geniale Lösungsansätze fahren und natürlich auch einige Anwendungsbeispiele und Fälle eben mit sich bringen und deswegen macht es durchaus Sinn, neben dem Bitcoin sicherlich noch die ein oder andere Kryptowährung zu halten. Am Ende ist das hier natürlich aber auch keine Anlageberatung. Wir springen zum letzten Thema. Adobe kooperiert nun mit PayPal als Partner für Kryptowährungen und Zahlungen. Das Ganze wurde am 15. September bekannt gegeben. Man möchte also nun tatsächlich hier zusammenarbeiten, um Kryptodienste und Zahlungslösungen für Online-Geschäfte weiterzuentwickeln. Das ist natürlich schon mal eine sehr, sehr große Partnerschaft, die hier verkündet wird, denn Adobe ist nun mal führend in ihrem Segment und PayPal ebenfalls. Und das führt eben dazu, dass nun beides ineinander greift. Das Ganze gilt aktuell nicht für den weltweiten Einsatz. Es geht aktuell nur in Großbritannien und in den USA. Man zeigt aber ganz klar mit den angespannten Muskeln, in welche Richtung es denn gehen kann, wenn also sich verschiedene Unternehmen in verschiedenen Bereichen sich zusammentun und Lösungen zusammenwerfen. Und ich freue mich riesig darüber und halte diese Partnerschaft für absolut zielorientiert und als oder beziehungsweise glaube, dass eben diese Partnerschaft den Markt in eine ganz neue Richtung eben drücken kann. Ich werde euch, wenn es hier weitere Freischaltungen gibt, vor allem auch in Deutschland, natürlich auf dem Laufen hin halten. Ihr könnt da gerne auch auf Twitter vorbeigucken, denn dort versuche ich eben auch so schnell wie möglich alle möglichen Informationen mit euch zu teilen, wenn ihr also aktiver beziehungsweise schneller informiert sein wollt als durch das tägliche Video. Wenn es solche Partnerschaften wie zwischen PayPal und Adobe gibt, dann wird es wahrscheinlich auch in Zukunft noch weitere sehr spannende Partnerschaften geben. Natürlich muss PayPal das erst einmal hinbekommen, in weiteren Ländern reguliert eben ihre Dienste anbieten zu dürfen, gerade wenn es um Kryptowährungen geht. Natürlich geht alles weitere jetzt schon in den meisten Ländern auf diesem Planeten. Dennoch wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis wir auch in Europa diese Integration sehen. Ich denke aber, das ist der nächste Schritt und das könnte eben auch die Massenadoption hier ordentlich weiter vorantreiben. Gut, ich hoffe, dir hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, dann lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da, abonnier meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um auch das Video morgen nicht zu verpassen. Wir sehen uns. Ciao, ciao.